Ihre Identität war ein Geheimnis. Ihre Existenz ein Rätsel. Ihr Leben wurde zur Legende. Die unglaubliche Reise einer Frau, die vor über 1000 Jahren begann. Ich bin unabhängig, frei im Handeln und Denken. Ich will so leben, wie es sich keine Frau erträumen darf. Gott hat mich auf eigenartigen Wegen hierher geführt. Bist du durch jemand, der einen Verstoß zu beichten hat? Bruder Johannes, bist du verletzt? Kleiner Schnitt, weiter nichts. Du musst von hier weg. Sag dem Bruder draußen an der Pforte, dass ich ihn hier brauche. Das wird dir Zeit verschaffen. Möge Gott mit dir sein, Schwester. Dies ist Rom, Johanna. Hier werden unbequeme Menschen beseitigt. Du spielst mit dem Feuer, Johanna. Jeden Abend werde ich genau hier auf dich warten. Ich will dich nicht als meine Geliebte. Ich will dich als meine Frau. Ein Leben an deiner Seite hätte mich erfreut und erfüllt. Aber das hier ist meine Bestimmung. Dann wäre es vielleicht ratsam, ihn verschwinden zu lassen. Wir müssen für unsere Überzeugungen einstehen. Auch wenn der Preis dafür hoch sein mag. Ich will dich als meine Frau.